Einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich hab die Menschen hier als bloße Fußnoten zu meinem Artikel angesehen. Etwas Herztereißendes. Als die Leute dann zu verschwinden begannen, war ich außer mir vor Freude. Das war eine große Sache. Aber jetzt sind die Menschen verängstigt. Und eine Fugstörung bedeutet, dass wir alleine sind. Ich bin hier gefangen wie alle anderen. Eine weitere Fußnote. Noch ein Opfer. Travitat verwendet über alle Anlieblichkeiten, die Sie von einem Zuhause erwarten können. Sondermons Galerie, unser hauseines Einkaufszentrum, hat alles, was die Einzelne der Besucher und die Dauerbevölkerung begibt. Die Dauerbevölkerung Nebenan befinden sich unsere Ordnungskräfte immer schön oben, wo sie unten die Urbe ihre Sicherheitsordnung. Letztlich identifieren die Gründer der Seaxe Corporation den Handen, Josiah Sixth Streeten, in denen die auf der Station lebenden Arbeiter empfangen. Was ist mit den Androiden los? Ich hab keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo ihr anstellt. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Teil Cheval Ich versuche Samuelsz Einig Gefangen recht und vertraut auf Omega-Eltz. Danke. Ich werde die Reise einziehen. Ich werde die Reise einziehen. Jetzt verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen und sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Hänker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie... jagen. Wen? Jeden und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. Oh. Das war's für heute. Weitz, wir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Weitz! Ihr Sackgesichter, Ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleibt zurück! Ich will nicht hier sein. Sie sind in der Stürmer. Nein! Weitz! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Die Stationstremmer-Sequenz ist nun abgeschlossen. Wir bedanken uns für Ihre Genut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.